Hallo Thomas! Hallo Karin! Ich mache jetzt meine Ausbildung als Chef-Virologe bei Humbug. Ah, echt? Und wenn die fertig ist, dann bist Master! Ja! Ich weiß mittlerweile, warum das hier mein Lieblingsformat auf YouTube ist. Da kann ich mich hinter der Kamera verstecken und muss nicht einmal durch die Internetleitungen quasi eure sich runzelnden Stirnen und aufkringelnden Zehennägel sehen. Bei dem, was ich hier manchmal von mir gebe. Aber ganz ehrlich, The Beastmaster ist auf jeden Fall eine der absolut unfasslichsten Filmabenteuer, die ich jemals gesehen habe. Eine Geschichte irgendwo zwischen Masters of the Universe und Jane Goodall haben wir tatsächlich hier einen durchtrainierten Superhelden mit an Bord, der in seiner Freizeit einfach Kamikaze-Frettchen kontrolliert. Und ganz ehrlich, das, was in diesem Film passiert, ist dermaßen abgrundtief atemberaubend, dass dieser Film meiner Meinung nach zum absoluten Pflichtprogramm zählt. Auch wenn der ganze Film auch ein bisschen eine traurige Hintergrundgeschichte hat, weil der Tiger übrigens, den man hier sieht, der auch im Film wirklich schwarz ist, hat die Produktion von dem Film leider nicht überlebt, weil die Macher des Films an zwei Sachen nicht gedacht haben. Erstens, Tiger lecken sich selbst das Fell, weil sie halt doch auch Katzis sind. Und zweitens, vielleicht sollten wir dann darauf Rücksicht nehmen, dass die Farbe, die wir verwenden, um ihn anzumalen, nicht giftig ist. Beides wurde nicht wirklich gut bedacht. Aber dafür hat man sich zumindest bei der Erstellung von diesem Cover-Artwork unbedingt noch bemüht, ein paar Ärsche groß ins Bild zu rücken. Hier, hier, hier. Ja, das ist ein wahnsinnig geniales Cover. Wundervoll finde ich eben auch wieder Beastmaster-Schriftzug hier in diesen Adler hineingeschrieben wurde mit dem Partial Gloss-Effekt. Außerdem, wirklich ein wunderbar scharfes, detailreiches, farbenfrohes, cooles Package. Und da müssen wir jetzt einmal ein bisschen genauer über diese VÖ sprechen, denn es handelt sich bei The Beastmaster um die allererste VSU-Veröffentlichung. Also, Winnegar Syndrome hat neben ihrer normalen Reihe und dem Winnegar Syndrome Archive jetzt eine neue U-Reihe. Und dabei haben sie die Reihe benannt nach Filmen, die, wenn sie sie veröffentlichen, das zahlende Publikum sagt, U, den will ich auch haben. Nein, nicht wirklich. Das U steht dabei selbstverständlich für Winnegar Syndrome Ultra. Und dabei möchten sie eben in dieser Reihe Filme veröffentlichen, wie eben The Beastmaster. Oder wahrscheinlich denke ich eben auch an die anderen von ihnen bereits auf Ultra-HD-Blu-Rays veröffentlichten Titel, wie, wenn ich mich hier umdrehe und dabei natürlich die Blu-Ray umhaue, wie eben zum Beispiel die mittlerweile absolut seltenen und wirklich schweineteuren Titel Red und Tammy and the T-Rex, die auch ebenfalls als echte UHDs veröffentlicht wurden. Und jetzt aber zugegebenermaßen nicht so unbedingt ins reguläre Programm von Winnegar Syndrome passen. Da möchte man eben den Fans die Möglichkeit geben, diese Titel auszulassen oder eben halt anderen Fans die Möglichkeit geben, hier dazu zu stoßen. Wir bekommen eben hier bei diesem Cover-Artwork eines, das wirklich dermaßen wundervoll um diese komplette Box herum geht. Ganz ehrlich, da schließt sich der Kreis. Nämlich eben wirklich wieder vom Backcover nicht nur, und ich bin mir gar nicht sicher, wie weit ich das Ding eigentlich aufklappen kann, nicht nur nämlich eben von hier über den Spine, genau, weil hier ist das Ganze dann angeklebt, sondern eben auch dann vom Spine auf der anderen Seite, vom Backcover auf der anderen Seite, dann eben wieder zurück auf die andere Seite vom Spine. Wundervoll! Hier dann noch einmal ein Blick auf den Oberbösewicht, auch hier wieder am Backcover die ganzen Zeichnungen ein bisschen grober und nicht ganz so detailreich, wie auf dem eigentlichen Frontcover, aber sieht, finde ich, trotzdem großartig aus. Verschlossen wird das Ganze hier übrigens mit einem Magnetverschluss, und wenn wir diese Box öffnen, dann erwartet uns hier drinnen eines der wahrscheinlich schönsten Artworks, die ich jemals gesehen habe. Das sieht einfach nur atemberaubend großartig aus. Ich finde, man sieht irgendwie dem Tiger selbst auf dieser Zeichnung an, dass ihm die Farbe in seinem Fell im wahrsten Sinne des Wortes nicht besonders gut geschmeckt hat. Wir können dann einmal schauen, was wir eigentlich in dieser Box erwarten können. Da sind tatsächlich verschiedene Goodies mit dabei, aber natürlich ist unterhalb von diesen Dingen noch einmal ein absolut großartiges Design, wo ich echt sagen muss, puh, wer hat die Arme denn geschminkt? Ganz ehrlich, der steht die Farbe im Gesicht noch wesentlich schlechter als dem Tiger. Das sieht furchtbar aus. Ansonsten ist das Ganze wirklich wundervoll, wunderschön gezeichnet. Also ich glaube, von allen VÖs, die ich bis jetzt von Vinegar Syndrome habe, ist das mit Sicherheit die mit einfach den schönsten Covern und Artworks. Machen wir nämlich zum Beispiel gleich einmal da weiter auf dem eigentlichen Blu-Ray-Case. Das kommt natürlich dann auch, wie von Vinegar Syndrome gewohnt, in einem typischen Vinegar Syndrome Schuber. Hier erwartet uns beispielsweise das allsehende Auge auf diesem Ring. Interessanterweise ist dieser Ring aber offensichtlich auch gleich nebenberuflich Glaskugel, denn das Gold von dem Ring reflektiert hier nicht irgendwie durch Partial Gloss, sondern eben dieser scheinbar Glas-Dome überhalb von dem Auge und dann der Inhalt, der dann offensichtlich hier uns eben auch unseren Beastmaster zeigt. Auch hier eine absolut großartige Zeichnung. Auch hier dann noch unten etwas Partial Gloss-Effekt bei dem Filmtitel. Dazu kommt natürlich eben auch hier noch einmal ein alternatives Artwork auf dem Backcover von diesem Schuber. Das finde ich ebenfalls großartig aussieht. Hier dann auch tatsächlich bei dem Schwert hier oben der Partial Gloss eingesetzt. Da merkt man übrigens dann noch einmal, in was für einer tollen Druckqualität das hier alles vorliegt, denn dieses selbe Motiv ist auch hier noch einmal quasi das, was wir auf dem Booklet-Cover finden. Da haben wir ja quasi den Ring von der Vorderseite von diesem Cover kombiniert mit dem Bild hier auf dem Backcover und das halt eben als altes Plakatmotiv schon auch ein bisschen dunkler ausgefallen. Aber wir können jetzt eben einmal ins Innere schauen. Da wartet eben genau diese Version von dem Beastmaster-Cover genauso wie eben auch hier auf diesem Booklet-Cover auf dem Keepcase. Wir bekommen hier jetzt zum allerersten Mal auch ein bisschen was zum Lesen, wobei ich allein das Gefühl gehabt habe, das Ende von dem Film, so wie das gedreht war, hat meine persönliche Fähigkeit lesen zu können negativ beeinträchtigt. Wir bekommen dann eben hier noch weitere Informationen rund um den Release. Meiner Meinung nach die 4K-Version ziemlich ordentlich, aber interessant ist es auf der Blu-Ray eben einerseits eine Original-Version und dann auch noch eine alternative Version mit anderen Special Effects zu finden ist und dann eben hier eine Version als UHD. Und wir können noch einmal schauen, was gibt es als Wende-Cover genau. Da wartet dann dieses Motiv hier auf uns, finde ich ebenfalls. Ein wirklich, wirklich schön gezeichnetes, wirklich schick präsentiertes Motiv, das uns eben hier dann als Wende-Cover präsentiert wird. Das ist quasi das, was wir hier auch auf der zweiten Blu-Ray haben. Aber jetzt, wo wir dann quasi mit dem Disc-Case fertig sind, können wir mal einen Blick auf das, was mich jetzt ehrlich gesagt am meisten überrascht und auch freut bei diesem VSU-Line-Up, denn ich kenne Vinegar Syndrome eigentlich nicht als Label, das Booklets anbietet. Von daher bin ich sehr gespannt, was ich hier in meinem ersten Vinegar Syndrome Booklet finde, nämlich Essays und ein Fotobook. Da haben wir dann nämlich eben zum Beispiel verschiedene Plakat-Artworks eben hier, wo man sieht zum Beispiel eben ein asiatisches Motiv, das wir dann im Inneren von der Hülle finden. Also da hat ja Vinegar Syndrome wirklich aus einem schönen Pool an Material arbeiten und schöpfen können, um eben hier die eigene Veröffentlichung auszubauen und wirklich viele schöne Artworks. in den ganzen Flächen verwenden zu können und natürlich dann die quasi künstlerische Resterampe einfach noch als Booklet auf- und abzufüllen. Das ist natürlich, finde ich, ebenfalls absolut großartig. Insbesondere, wenn dann eben ein Essay über den Film, das im Booklet abgedruckt wurde, von... von keinem Geringeren als Regisseur Don Coscarelli persönlich geschrieben wurde. Und ja, es ist derselbe Coscarelli natürlich, der uns auch zum Beispiel das Böse und Baba-Ho-Tap serviert hat. Das ist die quasi Star Trek II-Version davon. Und natürlich hier die belgische Version, The Bestenmeister. Das gefällt mir unglaublich gut. Ähm, auch hier eben mit dem bekannten Motiv, das wir drinnen haben. Wir sehen hier eben die, die Michael Gingold hat auch dieses Mal wieder mitgeschrieben. Der Name sagt mir was. Ähm, ja. Das war der Booklet-Autor von den, ähm, Booklets, die wir da, äh, vor kurzem bei den 4K-UHD-Releases von, ähm, Blue Underground aus Amerika ebenfalls gehabt haben. Also, eine wirklich absolut coole Sache. Ja, rest in peace, Mr. Tiger-Man. Aber, wundervoll, auch hier kann man dann noch einmal nachschauen, ähm, über die Restauration und eben die, die UHD-Geschichten, die hier ihren, äh, Weg hineingefunden haben. Das ist, finde ich, eine absolut großartige VÖ. Ich muss ja tatsächlich sagen, obwohl ich auch das, den normalen Output von Vinegar Syndrome wirklich sehr schätze, ist das für mich echt das beste Set, das Vinegar bis jetzt veröffentlicht hat. Ich mochte, äh, den Film eigentlich wirklich gerne, ähm, weil, wer mich kennt, weiß, ich stehe auf dieser Art von Action-Trash und, ähm, habe mich sehr gefreut, eben The Beastmaster hier in einer wirklich, wirklich großartigen Edition entdecken zu dürfen. Und ich bin ehrlich gesagt schon wirklich, wirklich extrem gespannt, was mich bei den nächsten Sales dann an weiteren VSU-Boxen erwartet. Vielen Dank.